Der Bundestagswahlkampf 2017 war voller Hass. Angefüttert durch populistische Parolen einiger spezieller Parteien. Es war Zeit, genau dieses hetzende Wahlkampfmaterial zu sammeln, zu schreddern und daraus ein ganz besonderes Klopapier zu machen. Die Sonderedition Scheißpapier. Hass ist für den Arsch vom Klopapier- und Komposttoilettenhersteller Goldeimer. Ein arschweiches Klopapier aus Raumhass und harter Hetze. Ich möchte das nicht sehen. Das Scheißpapier konntest du auch noch gar nicht sehen. Erst einmal musste die Wahlkampfhetze in Papierform gesammelt werden. Auf Demos, bei Parteiveranstaltungen, von uns und von vielen Helfern überall in Deutschland. Momentchen noch, denn unser Scheißpapier fand seine Rolle in Blogs und Zeitungen und es fand prominente Unterstützer. Die müssen weg. Genau, und da sind auch schon einige weg. Bisher sind nur durch Vorbestellungen mehrere tausend Euro an Spätten zusammengekommen. Für Cura, die kümmern sich um Opfer rechter Gewalt. Mehr Geld ergeben, mehr vorbestellen, mehr Spätten generieren. Denn Hass ist für den Arsch.